ok 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 so parken 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 da sind die beiden vor ort absitzen hier brauche ich bestimmt schon ein notarzt oder was gehen wir rein da ich hoffe der ist da drin ja da hinten unter dem tisch liegt er und herrn tisch so hier brauche ich noch ein asf brandausbruch ursache nicht bekannt verhindern sie eine ausweitung der brände löschen sie das feuer da ist zählt noch unter feuer klein so du bist nicht der richtige kannst du bmw rücksetzen das muss der der führer machen so dann macht das mal der führer das passt doch gar nicht raus leute was mache ich denn was mache ich denn jetzt die straße ab von da kommt kein verkehr du hält ja dann lenk doch den verkehr von da aus so ich brauche noch einen notarzt fällt mir gerade auf nef den geht es gut den können wir auch direkt mitnehmen wedel wäre doch direkt um die ecke gewesen aber wedel ist scheinbar noch nicht einsatzbereit um 12 tagsüber müsste man das so machen wie weg weg oder so oder generell irgendwas was mit freiwilligen zu tun hat kommt hier überhaupt nicht kann ich wedel jetzt schon alarmieren ich will wedel haben wedel doch mal ein bisschen kannst auch ein bisschen so dann sagst du abspannen du sagst auch parken so wie geht es dem boah gut der ist ja das blühende leben hier parken parken parkticket so ihr ab ins krankenhaus patient liegend aufgenommen das ist schön so die sind denn jetzt auch endlich da holen wir mal einen schlauch bitte guck jetzt da an dann noch ein zweiter sicher ist sicher zwei schläuche du gehst an den ran und schick es shake hands baby shake hands so du in den ran alter schwede so ähm da THX alarmier das mal nach da Fahrzeug 31störd Fahrzeug 11 bis mal ein bisschen dichter ran äh für dich ist Einsatzabbruch Fahrzeug 27 gehört können wir eigentlich auch gleichzeitig noch den Befehlswagen holen das glaube ich gar nicht mehr ah das ist aber auch eine enge Straße äh den Befehlswagen hätte ich gerne nach hier das sieht gut aus parken parken eine Person hatte einen Schlaganfall sofort behandeln und abtransportieren da äh falsch 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 da wollte ich raus Notfall NA bitte Fahrzeug 27 gehört du bist Fahrzeug 28 gehört Fahrzeug 33 gehört Fahrzeug 33 gehört kannst du auch hier stehen bleiben bitte Fahrzeug 33 gehört das bist du U-Dienst der Umwelteam so absetzen und der PA bitte haben wir Dichtmaterial zieh dir mal ein CSA an ja ähm ich habe Angst dass wenn ich den aufschneide ach das ist precise Fahrzeug 36 Z-Befehlswagen ist auch da wunderschön so CSA Leck abdichten da vorher geh ich da nicht ran ich hätte gern noch einen Rüstwagen da Rüstwagen ist immer gut finde ich so persönlich Schlaganfall kann man sich immer gönnen Schlaganfall können wir Christoph eigentlich holen heißt der hier auch Christoph oder hat er hier einen anderen Namen ähm hm 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 wo ist er denn da Rettungsbeschrauber Achtung Verkehrsunfall versorgen sie alle Opfer und transportieren sie sie ab auch die Fahrzeugfax jetzt kommt da wieder ach Leute 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 Anton was machst du hier auf ähm T H Y würde ich sagen nein jetzt kommt da wieder oder was Leute 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 schneiden hast du noch eine zweite Schere aber ich glaube die haben unendlich Scheren drauf ne ja dann kommt der Rüstwagen bloß zur für hübsch gut das ist abgedichtet aber was kommt denn hier noch alles ach der Rüstwagen hat sie da Fahrzeug auf den Weg Fahrzeug auf den Weg Fahrzeug auf den Weg Fahrzeug auf den Weg 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 T-Watt Tote warum sagt er den Tote oder Hotel äh TH bitte Rettungswagen kommt auch du sicherst ab du machst doppelt durch den brauche ich theoretisch noch wir tun mal so als wär bloß ein Rüstsatz drauf ne hab ich hier überhaupt ich hab hier gar keine Rettungswagen wieso sind hier keine Rettungswagen bei THX äh bei THX das verstehe ich ja jetzt mal überhaupt nicht 1 2 3 und ein NEF reicht piep Fahrzeug 19 Christoph 29 schöner äh schöner Jui die Rebell kannst du denn oder muss man das erst ausleuchten oder wie kannst du da landen ne warte mal hol mal ein HLF bitte vielleicht muss man die Landestelle auch erst ausweisen oder so wisst ihr ich hab ja keine Ahnung kennt mich ja aber nie Ahnung von irgendwas können die eigentlich Erstversorgung machen tatsächlich der liegt immer einfach mal nieder hier ist das ja zum Glück nicht so wie nein nicht so äh so soll's machen so so und so was ist das eigentlich für ein Ölspur beseitigen so es sah aus wie ein Kampfanzug so so du übernimmst den du übernimmst den ist der NA schon da? ne natürlich nicht aber ich höre ihn schon du übernimmst den jetzt ist die Frage ob ein NA reicht ähm ah die Polimansai könnte da mal hinlaufen bitte ja ah hier guck mal da Hubschrauber Landepunkt erstellen ah hab ich's doch gewusst wie geht denn das hier ja ich weiß ich weiß oder muss das im Umkreis sein der geht so das ist gut für ihn wir brauchen ein NA A ach gleich ein NAW das ist auf der Z wie sagt er nur das benötigt wie sagt er nur das benötigt ja ich weiß aber die ihr könnt das nicht oder Landestelle ausweisen wo ist er da Gruppe am ASGW mit PA ausrüsten B-Linsalarmieren ASGW Gefahrguttafel auswerten nö dann brauche ich hier noch einmal die Poli-Sai ach 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 fahrzeug 41 höher das kommt dabei raus wenn man sich zu sehr mit einer Sache beschäftigt was geht wie sieht er aus nahm ich gut auf dem Weg die weitere Stabilisierung des Patienten dann nur das benötigt ist ja was geht schon unterwegs ich habe leider gerade achso ich brauche hier noch ein NE äh ein RTW guckt euch mal den an wird alarmiert sehr schön so was sagst du sieht es gut aus könnt ihr den eigentlich nur stabilisieren ja ach das ist ja ruf für die weitere Stabilisierung des Patienten wird an Nordass benötigt wird an Nordass benötigt ich weiß aber ihr könnt ihn schon mal abtransport töten Wird ausgeführt Wird ausgeführt wer unterwegs getreu dem Motto load and go so kann man sein absetzen hildandepunkt als weisen ach so habe ich jetzt einen hildandepunkt oh ich habe hier hildandepunkt ausgewiesen ja gut ähm krieg ich den auf dir weg he 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 ist es ist doof egal so Heli du kannst hier landen fahrzeug für 39 fahrzeug für 39 fahrzeug schon unterwegs ich muss Landepunkte erstellen ist ja auch doof naja obwohl ist ja man muss ja erstmal ist ja richtig ne 1 2 ich sehe bis 2 kannst du das auch wieder zurücknehmen ja und sonst wie steht das da jetzt immer macht ja auch nix so der Befehlswagen kann schon mal parken fahrzeug 33 hört ja so du ab in den Rettungswagen denn du blockierst da alles wird umgekehrt durchgeführt höre und du gehst zurück in deinen Rettungswagen so denn wo ist jetzt das Kf Kf ist das ah 9 los geht's schon unterwegs ist in Arbeit ja puh zum Glück war hab ich gerade her geschaltet zum Glück hab ich gerade her geschaltet alle Hälter wär das ärgerlich gewesen wäre jetzt wegen meiner Doofheit gestorben wär das ärgerlich gewesen äh Rettungsassistenten du kommst das kannst du schon mal wieder nach Hause ihr kommt auch schon mal wieder nach Hause könnt ihr das denn wieder abbauen oder so Feuerbär im Beispiel so direkt hier irgendwo wo ist er denn ah da ist nix hab ich ihn löscht komm mach mal hin da so ihr drei parken 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 Notarztbegleitung erforderlich stopp Anna wem sagt mal hin parken parken du sagst abspannen du musst auch parken du sagst abspannen und du sagst auch parken du sagst parken fahrzeug 19